Reset, alles auf Anfang. Im neuen Jahr soll bei Borussia Dortmund mit frischem Mut alles besser werden. Trainer Jürgen Klopp ließ seinen Bart im Urlaub auf verdächtigen Rekordstand wachsen. Nach 17 Tagen Pause kann der BVB-Coach wieder lachen. Meine Akkus sind voll, sagte Klopp am Dienstag beim Trainingsstart der Borussia, die in der Hinrunde unfassbare zehnmal verloren hatte. Klopp sagte weiter, Zitat, ich bin voller Vorfreude. Wir haben ein Riesenprogramm und wollen die Rückrunde positiv und mit großer Lust angehen. Klopp, braungebrannt nach seinem Winterurlaub, setzt vor allem auf Winterzugang Kevin Kampel. Der Trainer sagte, Zitat, er muss hier keine Wunderdinge vollbringen, darf aber gerne vorneweg gehen. Wir sind sehr froh, dass er hier ist. Und noch ein Mutmacher für den Trainer. Alle Verletzten sollen in den Wochen bis zum Rückrundenstart wieder voll mittrainieren. Darunter auch Mats Hummels, Nuri Schein, Marco Reus, Henrich Mkhitaryan und Sokratis.